Das ist «Berneinfach». Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 23. Februar 2024. Heute ein «Berneinfach» Spezial. Heute Spezialgast, der Prof. Schaltecker vom IWP, vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik und auch Prof. an der Uni Luzern. Grüezi, Herr Schaltecker. Schön, dass Sie da sind. Grüezi, Herr Güttinger. Vielen Dank, dass Sie hier extra auf Luzern ins IWP gekommen sind. Wunderschönes Gebäude hier ist jedem zu empfehlen, der ernsthaft die Schweizer Wirtschaftspolitik-Forschung betreiben will. Ja, Herr Schaltecker, wir haben ja bald wieder Session. Am Montag geht es los in Bern, bei den drei Wochen Hochbetrieb. Sie sind ja auch ein belesener und informierter Bürger. Auf was schauen Sie so mit diesem Sessionsbetrieb? Auf was legen Sie Ihres Augenmerk? Ja, ich verfolge die Sessionen natürlich in den Fragen, die mich besonders interessieren. Das ist Finanzpolitik im Wesentlichen. Also alles, was irgendwie ausgabewirksam ist, was einen steuerlichen Charakter hat, was es um Subventionen geht, was es um Fragen des Staatsverständnisses geht, Föderalismusfragen interessieren mich, Volksrechte interessieren mich. Ja, das ist so ein bisschen auf das, was ich besonders sage. Ja, gerade finanzpolitisch sind wir momentan in einer sehr speziellen Lage. Wir haben gerade, ich meine, vor einer halben Woche, eine Besserkonferenz von unserer Finanzministerin Karin Keller-Sutter, die gesagt hat, ja, die Finanzen sind jetzt über mehrere Jahre nicht mehr so ganz im Blut. Die Schuldbremse kommt auch zunehmend unter Druck. Was haben Sie das Gefühl, dass gerade im Bereich dieser ausserordentlichen Ausgaben braucht es da ein bisschen ein Umdenken in der Schweizer Finanzpolitik? Ja, absolut braucht es da ein Umdenken. Ich meine, man muss, glaube ich, schon realisieren, die letzten 20 Jahre, das sind natürlich paradiesische Verhältnisse in der Frage der öffentlichen Finanzen gewesen. Wir haben unseren Staat seit 1995 in realen Wert verdoppelt. Und das haben wir eigentlich geschafft, ohne dass wir es wirklich gross gemerkt haben. Nämlich in der Schuldenbremse hat das immer alles Platz gehabt. Das Wirtschaftswachstum war so, dass die Steuereinnahmen das hergegeben haben. Und irgendwie, es wäre ja nicht normal, es wäre nicht von dieser Welt, wenn das einfach so weitergehen könnte. Irgendwann ist die Party vorbei. Und irgendwann einmal, wenn man zu fest die Party gemacht hat, dann gibt es halt am nächsten Tag Kopfweh. Und ich glaube, in der Phase des Kopfwehs immer im Moment, der Kater ist das, was wir im Moment spüren, nämlich wir können nicht mit der Party so weitermachen. Ist für einen Wissenschaftler, für einen Finanzwissenschaftler, für mich natürlich eine spannende Zeit. Weil die Frage, wie setzt man den Franken am effizientesten ein, ist unsere Wissenschaft. Das finde ich sehr spannend. Was ist jetzt aus Ihrer Sicht so ein Forschungspunkt, den Sie jetzt ansetzen? Würden Sie sich jetzt am liebsten in die Botschaften vom Finanzdepartement hineinstürzen? Oder wo würden Sie gerne jetzt mit Ihrer Forschung ansetzen? Ja, ich versuche natürlich, einen Schritt zurückzugehen und mich ein bisschen mit den Wirkungen von Staatsausgaben, von Steuern, von so Regeln wie die Schuldenbremse auseinanderzusetzen. Also einerseits, was hat eigentlich die Schuldenbremse bewirkt? Wie ist der Mechanismus? Zu was führt das, wenn man Corona-Schulden irgendwie wieder abbauen muss? Welche Möglichkeiten gibt es in der sogenannten Zeitenwende, wo man als Erwende für die Rüstung wieder mehr ausgibt, für das Militär mehr Geld ausgibt? Wo müsste man, wo hätte man Spielraum, um zu abbauen? Das ist mit der ganzen Frage von Subventionen. Welche Subventionen in der Schweiz? Das sind immerhin fast 50 Milliarden Schweizer Franken. Welche Subventionen könnte man hier abbauen oder das Wachstum verlangsamen? Welche Subventionen sind wichtig, dass man sie beinhaltet? Das ist natürlich auch eine wissenschaftliche Frage. Dann der Staatssektor an und für sich mit seiner Regulierungsaktivität und mit seiner Aktivität als Arbeitskräfte, also Staatspersonal beschäftigt. Ist die Lohnsetzung beim Staat effizient? Oder bekommen die Staatsangestellten hier mehr Lohn als in der Privatwirtschaft? Was hat das für Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, auf den Steuerzahler etc.? Das sind natürlich hochspannende Fragen. Und eine andere spannende Frage, die mich gerade im Moment beschäftigt ist, wenn denn ein Staat muss sparen? Da gibt es ja international sehr viele empirische Untersuchungen, weil die Schweiz ist nicht das einzige Land auf dieser Welt, das jemal sparen musste. Da gibt es ganz andere Beispiele, die auch relativ stark sparen mussten. Griechenland ist natürlich etwas, wo wir uns nach 2012 noch gut erinnern, aber auch nach der Finanzkrise 2008 England, in den 90er Jahren Kanada, in den 80er Jahren Irland, Dänemark, Deutschland. Also gibt es sehr viele Länder, die schon mal haben müssen sparen. Und die Frage ist, wie spart man intelligent und was hat das eigentlich noch für Auswirkungen auf Wachstum, auf Arbeitslosigkeit, auf Einkommensverteilung und auf die Wiederwahlchancen von denen, die sparen? Sie hatten es angesprochen, ein Teil ist die Zeitenwende in der Rüstung bei der Schweiz, aber auch europäisch und weltweit, wo es jetzt so ein bisschen eine Wende gibt. Inwiefern ist es dann in den letzten vielleicht 30 Jahren gerade das Militär in der Schweiz ein Ort gewesen, wo man gerne mit dem Sparen angesetzt hat, wo man vielleicht die Friedensdividenden, wie sie ja genannt wird, es wollen beziehen? Inwiefern trifft das in der Schweiz zu? Ja, das trifft ziemlich genau so zu, wie sie es gesagt haben. Wenn man die Zahlen anschaut, wie sich die einzelnen Budgetpositionen über die letzten Jahre entwickelt haben, also insbesondere nach der Einführung von der Schuldenbremse 2003, dann sieht man, dass bei der Verteidigung hier im Prinzip real nichts mehr gegangen ist. Das ist etwa eingefroren worden. Und zu diesem Zeitpunkt ist die Armee und die Armee Ausgaben noch eine der wichtigsten Positionen im Budget gewesen. Und die soziale Wohlfahrt, die hat natürlich allem anderen den Rang abgelaufen. Also unter sozialer Wohlfahrt versteht man all das, was in die AHV und in Ergänzungsleistungen und in die anderen Sozialwerte hineinfliesst, auch Prämienverbilligung bei den Krankenversicherungen. Also dieser Bereich hat wahnsinnig zugelegt und das ist auf Kosten gegangen von den Verteidigungsausgaben, die praktisch nicht gewachsen sind. Und das kann man so nennen. Sie haben das gemacht, Herr Göttinger, das ist die Friedensdividende. Wir haben im Wesentlichen die Schuldenbremse eingehalten über den Rückbau der Verteidigungsausgaben. Der Sozialstaat, haben Sie jetzt gerade angesprochen, der ist einer der grössten wachsenden Faktoren beim Bundesbudget. Wir haben es auch vorhin noch gesagt, der Staat ist um das Doppelte gewachsen. Jetzt nimmt mich schon Wunder, die Ausgaben, die wir jetzt für die AHV, Krankenkassen oder die Prämienverbilligung, die Sie gesagt haben, Was sind denn da die volkswirtschaftlichen Effekte von, wenn es dann der Staat da einfach mehr Geld oder mehr Finanzvolumen in die Wirtschaft hineinbuttert? Welche Effekte können wir von so einem Phänomen beobachten? Ja gut, die Frage, wie man genau die möglichen finanziellen Spielräume ausnutzt, ist natürlich eine eminent politische und damit auch eine ideologische Frage. Also es ist als Wissenschaftler schwierig zu beurteilen, ob jetzt es besser ist, dass man das Geld in die Bildung oder in die soziale Wohlfahrt oder die Verteidigung oder bei dem Bahnausbau reinsteckt. Das ist eigentlich letztlich eine politische Präferenz, die auch die Politiker untereinander ausmachen müssen. Da sind es im Wettbewerb um die öffentlichen Mittel. Ich glaube, was für eine Volkswirtschaft, die langfristig wachsen will, ist natürlich ein Problem, dass es letztlich immer inkrementell wächst. Also inkrementell heisst, dass man nie überlegen, von Grund auf, braucht es diese Staatsausgabe oder würde die Hälfte auch noch länger oder müsste man sie verdoppeln, sondern es wird immer vom Bestehenden aus gedacht. Und das führt dazu, dass man eigentlich so richtige Prioritätensetzungen oft nicht macht, sondern die Budgetdebatte ist eigentlich immer der Kampf um ein paar Zusatzprozente oder es im Wachstum von den Ausgaben oder im Stabilhalten. Und damit wird der Bundeshaushalt, natürlich bei den Kantonen und Gemeinden ist es nicht viel anders, ist eigentlich ein Supertanker, der sich inkrementell in die eine oder in die andere Richtung bewegt. Und ich glaube, aus einer Perspektive, wenn man möchte, dass eine Volkswirtschaft langfristig prosperiert, ist das, die Trägheit ist ein Problem. Wir würden wahrscheinlich vorstellen, dass wenn wir in einer Zeitenwende sind, dass man dann auch ein bisschen mutiger sagt, okay, in einer Zeitenwende müssen wir budgetär grössere Sprünge machen. Und das heisst, wo wir zubauen wollen, müssen wir auch Platz finden zum Abbauen. Und Abbau heisst ja dort in der Regel nicht Geld zurücknehmen, also sparen, im Sinne von, dass man das Budget verkleinert, sondern es geht im Wesentlichen immer um Wachstumsrote, wo man entweder ein bisschen schneller oder ein bisschen weniger schnell ansteigen lässt. die Prioritätensetzung, die ist aus meiner Sicht etwas zu zurückhaltend in der Politik. Das liegt ja auch ein Stück weit daran, dass Politiker auch Anreize haben, um mehr Geld auszugeben. Man kann etwas versprechen, man kann eine Prämie für Billigung versprechen, wo nachher die Leute mehr Geld im Boden nehmen, wo vielleicht wieder die Widerwahlchancen erhöht. Aber das ist ja nicht das Geld, das die Politiker aus ihren eigenen Taschen ausgeben, sondern sie geben das Geld dann aus unseren Taschen aus. Was für Methoden oder was für Instrumente gibt es denn da zum Beispiel, wo man könnte die Anreize vielleicht ein bisschen verschieben? Die Schuldenbremse ist sicher ein Instrument, wo man die Interessen von den Bürgern gegenüber den Politikern durchsetzen kann. Gibt es da vielleicht noch andere finanzpolitische Instrumente, um den Anreiz an das Parlament zu sparen? Also zunächst einmal, Herr Göttinger, finde ich es ganz wichtig, dass Sie den Punkt aufgreifen, dass nicht jede Ausgabe, die demokratisch bestimmt ist, da damit auch effizient sein muss. Demokratie, ich glaube, so objektiv muss man sein, neigt dazu, die Budget zu überdehnen. Sie neigt zum Defizit, warum? Weil das Budget, Sie haben es richtig gesagt, ist eigentlich ein Allmänn. Es ist ja nicht das eigene Geld, das man ausgibt, sondern es ist fremdes Geld, das man ausgibt. Und das fremde Geld ist man im Wettbewerb zueinander. Wer es selber nicht ausgeben kann, der weiss, dass es die Interessengruppen der Konkurrenz ausgibt. Und das führt mit diesem Rann, also mit dem Wettbewerb auf die öffentlichen Mittel, führt zu einer Überdehnung von diesen öffentlichen Ressourcen. Und das ist eigentlich nicht im Sinn von Steuerzahlern. Da besteht eine Asymmetrie zwischen dem, was der Steuerzahler gerne will und dem, was die Politiker für die Bedienung von den Interessengruppen gerne ausgeben wollen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man Regeln hat. Die Schulterbremse, aus meiner Sicht, ist eine der wichtigsten Innovationen im Staat von den letzten Jahren, die wir hatten. Sie hat ja jetzt gerade 20 Jahre Jubiläum hinter sich. Warum ist sie so wichtig? Weil sie eben das Spiel beendet. Die Politik kann nicht mehr auf Kosten der Bevölkerung zu viel ausgeben, sondern sie muss sich an einer Regelweg halten. Und das Schöne an dieser Regel ist eben, dass sie aber nicht der Politik vorschreibt. Weil das sollen politische, ideologische, parteipolitische Sachen sein. Da sollte sich die Wissenschaft auch nicht hinein mischen, sondern das ist das Spiel der politischen Präferenz. Aber die Frage der Überdehnung ist, ist das Problem und mit einer Regelbindung kann man das Problem angehen. Und ich meine, die Schulterbremse ist in den letzten 20 Jahren sehr erfolgreich gewesen. Ich kann nur hoffen, dass man den Erfolg auch in Zukunft weiterzieht. Was denn die tägliche Politik, Finanzpolitik angeht, wie man das Sparvolumen aufbringt zur Einhaltung von der Schuldenbremse, ist auch wieder eine spannende Frage. Wie geht man eigentlich die Frage an vom Sparen? Soll man jetzt Steuern erhöhen, damit das Budget wieder aufgeht? Und wo soll man Steuern erhöhen? Eher Verbrauchsteuer, Mehrwertsteuer oder Einkommenssteuer? Soll man Progression erhöhen? Oder soll man bei den Ausgaben sparen? Und da gibt es international interessante, vielversprechende Untersuchungen, die relativ eindeutige Sprachen haben, wenn man langfristig erfolgreich sparen will, dann muss der Akzent ganz klar auf der Ausgabeseite sein. Das macht auch deshalb Sinn, weil logischerweise, wenn die Interessengruppen versuchen, das Budget zu überdehnen, dann bedeutet eine Steuererhöhung einfach, dass im Wettbewerb mehr Mittel zur Verfügung stehen, damit wird das Defizite nicht verschwinden. Wenn man aber bei den Ausgaben ansetzt, dann ist es ein klares Zeichen an die Interessengruppen, schauen Sie mal, die Party ist jetzt vorübergehend vorbei, zuerst einmal den Kater ausschlafen und dann noch wieder neu überlegen. Sie wollen Ihres Mehrfamilienhaus verkaufen und hätten gerne gewusst, was der Wert ist? Forster und HD Immobilien AG ist spezialisiert auf Mehrfamilienhäuser und bietet einen bodenständigen Kontakt. Mehr Infos unter www. d.forster-tad.ch Etwas, was ich ein bisschen beobachte, ich weiss nicht, ob Sie die Ansicht auch teilen, ist, dass wir eine Tendenz haben, zu Ausgaben gebunden zu machen und man nicht mehr so viel Spielraum überlassen, gerade im Finanzdepartement, um mit Summen spielen zu können und ein bisschen Freiraum zu haben. Und weil gerade durch die Schuldenbremse die Obergrenze gesetzt ist, versucht man als Politiker seine Eigeninteressen möglichst sicher abzusichern, damit dann bei so einer Budgetrebatte man muss nach Sparpotenzial suchen, dann nicht die eigenen Vertretungen dann plötzlich müssen auf Quillotine gehen und am Schluss aus dem Budget gekürzt werden. Ist das auch ein Folg der Schuldenbremse oder hätte das auch ohne eine Obergrenze stattgefunden, dass immer mehr Ausgaben gebunden sind beim Bund? Das ist ein ganz wichtiges Thema und das betrifft nicht nur die Schweiz. Die Frage von Regelbindung ist immer auch gekoppelt mit Beobachtung, dass die Politik versucht, Schlupflöcher zu finden. Und die Schlupflöcher können sehr vielfältig sein. Da gibt es empirische Evidenzen und anekdotische Geschichten, wie dann versucht wird, irgendwelche Staatsausgaben aus dem Budget rauszunehmen und in Spezialeinheiten, die sich selber finanzieren und eigene Verschuldung aufnehmen können, dass es dann ausgelagert wird bei der Einführung von Schuldenbremsen. Und das ist natürlich nicht im Sinn des Erfinders. Wir wollen nicht, dass das Budget eingehalten wird, nur pro Forma und dass es effektiv dazu führt, dass sich ausserhalb des Budgets die Staatsaktivität weiterfrisst. In der Schweiz ist ein weiteres Problem, sie haben das richtig zusammengefasst, die mehr oder weniger starke Bindung der Ausgabe, das ist letztlich eigentlich ein gesetzlicher Automatismus, in der Valorisierung von Ausgaben einen Niederschlag finden. Das heisst, die Ausgaben wachsen so über das Gesetz, dass sie eigentlich im Dezember in der Budgetdebatte vom Parlament gar nicht richtig gesteuert werden und die Ohnmacht in der Budgetdebatte, dass man heute zwei Drittel der Ausgaben gar nicht steuern, führt natürlich genau zu dem, was sie gesagt haben, zu den Schlaumeiern, dass sie sagen, aha, super, wenn ich es schaffe, dass ich einen gesetzlichen Automatismus bekomme, dann bin ich safe, dann wird über meinen Bereich nicht gespart. Deshalb versuchen alle auf den gesetzlichen Automatismus zu kommen. Für Budgetdebatten und ich meine, Budgetdebatten ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Debatten, weil es eine Querschnittsfunktion ist, man geht über den ganzen Staatshaushalt und das heisst, alle Staatsfunktionen werden damit mitbestimmt, ist das Gift. Gift, weil man nicht mehr richtig steuern kann. Die Finanzpolitik nimmt ihre Funktion nicht mehr richtig wahr. Und ich glaube, es ist Zeit, dass man einen Kassensturz macht und sagt, auch im Rahmen einer Fairness Überlegung, es kann nicht sein, dass es Aufgaben beim Staat gibt, die mehr veredelt sind und andere, die weniger veredelt sind, sondern jeder Schweizer Steuerfranken steht für jede Schweizer Staatsausgabe. Und diese Fairness, dass jede Ausgabe auch sich verteidigen in der Rentabilität, für den Schweizer Bürger bringt, im Vergleich zu einer anderen Ausgabe, die sollten wir wieder herstellen. Teil von den ausgelagerten Kosten, die sie gesagt haben, sind die Staatsbetriebe, die wir in der Schweiz haben. Das sind in den meisten Fällen Aktiengesellschaften, die zum Teil 100% oder 50% im Besitz des Bundes. sind, ein Beispiel war die ESBB oder Swisscom. Und jetzt haben wir auch den ausserordentlichen Fall, dass Post mit neuen Handyabos in Konkurrenz tritt mit einem anderen Staatsbetrieb, mit Swisscom. Ich habe dazu auch einen Vorstoss gefunden, der in dieser Session besprochen wird, von Thomas Rechtsteiner, die Mitte-Fraktion, der will, dass die Akkusitionen von Staatsbetrieben wirklich strikt in diesem Leistungsauftrag befinden, in dem auch der Staatsbetrieb sich aufhaltet. Jetzt noch meine Frage, inwiefern verliebt man vielleicht den Überblick bei diesen Staatsbetrieben, weil sie vielleicht nicht mehr ganz im Bund drin sind, sondern ausgelagert sind, und sollte man vielleicht darüber nachdenken, schlanker zu gestalten und im freien März mehr Raum zu geben? Welche Überlegungen spielen hier eine Rolle? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige staatspolitische Frage, weil was man hier beobachtet, bei vielen von diesen Staatsbetrieben, und übrigens nicht nur bei den Staatsbetrieben, sondern natürlich auch bei denen, die alle implizite Staatsrettung vor Augen haben, da ist natürlich der Bankensektor angesprochen, das ist eine problematische Entwicklung. Es ist problematisch, weil die Marktwirtschaft ausgehebelt wird, das heisst, da haben wir Unternehmen, die vorgehend nach marktwirtschaftlichen Kriterien spielen, aber gleichzeitig natürlich Risiken nehmen auf Kosten des Steuerzahlers. Und das Spiel ist unfair, weil das bedeutet, Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein, das kann nicht in einem ordnungspolitisch sauberen Staatshaushalt nicht aufgehoben sein. Und das ist auch für eine Demokratie, eine direkte Demokratie im Besonderen natürlich toxisch. Wenn die Leute das Gefühl haben, ich kann mich in Schärmen retten, wenn ich besonders einflussreich bin und gute Beziehungen zur Politik habe, weil ich dann eine explizite oder implizite Staatsgarantie habe, einen Rettungsschirm bekommen und die anderen müssen halt noch andere Regeln spielen, dennoch kommt eine Ohnmacht und wahrscheinlich auch eine gewisse Politikverdrossenheit an Tagesordnung oder an das Tageslicht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den die Schweiz klären muss. Das gilt nicht nur für die Bundesebene, es gilt auch für die Kantonsebene. Wenn wir unsere Stromunternehmen, die unter einem Rettungsschirm, es sind im Eigentum der Kantone im Wesentlichen oder Grossteilig und anstatt dass die Kantone die Verantwortung übernehmen, sehen die das nur als Finanzbeteiligung und gleichzeitig dürfte der Bund einen Rettungsschirm von 10 Milliarden spannen. Das ist für eine Volkswirtschaft ein Gift. Wir werden das beobachten. Ein anderes Thema, das Sie interessiert ist der Föderalismus und Funktionen und die Rollen, die Aufgaben der Kantone im Vergleich zum Bund. Gerade hier konnten wir in der letzten Zeit eine Debatte beobachten im Zusammenhang mit den EU-Rahmenverträgen, wo es gewisse Kräfte gibt, die behaupten und sagen, dass keine Stände mehr bei der Abstimmung für die EU-Rahmenverträge müssen, dass nur das Volk darüber befinden und nicht die Mehrheit der Kantone zusagen. Gerade solche Sachen sind extrem wichtig für die Souveränität der Kantone, weil man mit autonomatischem Rechtsübernahme die Selbstbestimmung der Kantone schwächert. Inwiefern spielt eine Konferenz der Kantonsregierenden mit? Inwiefern ist das vielleicht auch die Ursache dieser Kompetenzabwanderung am Bund? Ich befasse mich schon seit meiner Dissotation mit dem Föderalismus und der Schweizer Föderalismus ist ja eigentlich ein wenn es nicht gäbe die müsste man erfinden. Das ist eine wahnsinnige Errungenschaft historisch gewachsen wo es der Schweiz immer erlaubt hat Politik auszuprobieren und in einem Labor von unterschiedlichen Gestaltungsentwürfen dann weiterzulernen. Das ist eigentlich eine grosse Innovations Generations Maschinerie und die funktioniert eigentlich nur dann gut wenn erstens im Föderalismus die Kantone auch Freiräume haben und die Freiräume mit Verantwortung zusammen geht. Das heisst wer die Ausgabe und Steuern selber bestimmen muss auch für das was was bestimmt haben dann noch an Grad stossen die Verantwortung übernehmen. Ich habe auch immer gefunden dass die Regierungs Konferenzen da gibt es ja sehr alte Finanzdirektoren Konferenzen gibt es schon meines Wissens über 100 Jahre und KDK ist jetzt ein bisschen weniger alt als Dach eigentlich von den Regierungs Konferenzen dass die wichtige Rolle hatte. Die Rolle müsste aber sein vom Erfahrungsaustausch so ist das früher auch gewesen. Der Erfahrungsaustausch ist in diesem Labor entscheidend weil es ermöglicht voneinander zu lernen wenn jeder berichtet wie er es gemacht hat was die Vor- und Nachteile und Chancen und Risiken sind von der Art wie er Bildungspolitik wie er Spitalpolitik wie er Infrastrukturpolitik macht dann ist das Labor lebendig und man kann voneinander lernen leider muss ich wirklich sagen entwickelt sich die KdK immer mehr zum Kartell Einpeitscher wir brauchen und das ist auch soweit ich das als Nicht-Jurist verstehe in der Schweizer Verfassung so gar nicht vorgesehen es braucht keine zweite Bundesebene die sagt das ist die Rolle der Kantone es gibt nicht die Rolle der Kantone es gibt einfach ein Kanton und anderen Kantonen aber die KdK als Erfahrungsaustausch Gremium verliert ihre Wirkung wenn sie nur noch Kartell Einpeitscher ist und in dem Zusammenhang habe ich mich immer gefragt was es Sinn soll machen gerade jetzt in der Covid Krise dass letztlich sich einfach noch die KdK meldet und sagt das ist nicht unsere Aufgabe und die heisse Kartoffeln zum Bund überschieben auch wenn das eigentlich angestammte Bericht von ihrem Spitalpolitik ist klarer Fall von Kantons Kompetenz auch wenn das in ihrem Gebiet wäre und ich finde jetzt auch bei den Diskussionen um bilaterale Drei oder Rahmen oder institutionelles Abkommen es ist eigenartig dass im Wissen dass das eine von den ganz grossen Debatten wird und im Wissen dass es wahrscheinlich eine ganz grosse Minderheit wird geben und im Wissen dass das regional sehr unterschiedlich wird aussehen dass die konservativeren Kantone das wahrscheinlich nicht gleich sehen wie die urbaneren Kantone dass es da eine KDK gibt die vorprescht und meint dass ein Ständemehr wo eigentlich der Schutz ein ganz leichter aber wichtiger effektiver Schutz ist dass in einer Volksabstimmung die Autonomie der Kantone nicht zu stark beschnitten wird diesen Schutzmechanismus nicht einfordert das finde ich um ehrlich zu sein eine Bankrotterklärung Wer ist denn da verantwortlich liegt denn das ihr am Bundesrat oder müsstet die einzelnen Kantone vorpreschen und sagen wir möchten eine eigene Stellungnahme abgeben als Kanton Schweiz oder als Kanton nicht walten oder das sind die zwei Kantone die nicht zu wiedergegeben mit der Stellungnahme der KDK wer müsste die KDK jetzt links bremsen also gut das passiert ja heute schon jeder Kanton gibt Stellungnahme ab und KDK gibt dann auch noch eine Stellung ab und vielleicht geben es andere Regierungs Konferenzen auch noch eine Stellung ab und ich überhaupt nicht vom Meinungspluralismus dagegen einzuwenden also je mehr stimmen sich äusseren desto besser weil letztlich geht es um eine sehr wichtige Frage und wenn es noch um Volksabstimmung geht kann mehr Information und mehr seriöse Debatten nur nützlich sein also da ich überhaupt nicht dagegen wo ich aber etwas dagegen habe ist dass Gremien sich aufspielen in einer Rolle wo ihnen eigentlich nicht zugestanden die Bundesebene aus meiner Sicht brauchen wir nicht und natürlich die Beobachtung dass es für viele Kantone in jeder Frage es relativ einfach ist gerade wenn sich positionieren auch immer heisst dass man eine grosse Minderheit halt enttäuschen muss dass dann der Reflex der Kantone ist quasi die Schuld jemand anderem zuzuschieben und sagen ich wäre ja schon für ein Ja oder Nein aber leider haben die anderen mich überstimmt oder leider muss ich so den Reflex den sieht man natürlich gern das ist auch in der Covid-Krise so ein Reflex von den Kantonen aber letztlich da muss man sich einfach auch bewusst sein der Föderalismus lebt nur mit starken Kantonen und starke Kantone heisst dass die gewählten Regierungsmitglieder von diesen Kantonen ihre Verantwortung wahrnehmen und Verantwortung wahrnehmen heisst nicht ohnmächtig hier schon stehen und die heisse Kartoffeln zuschieben ich mein Wunsch wäre dass die Regierungsrat wieder selbstbewusster hinstimmt und ihre Kompetenzen und ihre Verantwortung wahrnehmen da ist nichts dagegen einzuwenden dass sie sich treffen und einen Erfahrungsaustausch im Rahmen der FDK oder EDK oder KDK oder welcher Regierungskonferenz auch immer es ist das ist nichts dagegen einzuwenden aber die Verantwortung für politische Entscheide sollte man dem Gremium das nicht vorgesehen ist nicht abschieben das ist ein super Schlusswort ich glaube wir lassen das gleich so stehen lassen Herr Schaltekker vielen Dank sind Sie bei uns in Berne einfach spezial da gewesen und ja besten mal vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank für den Besuch ja das ist es wieder gewesen mit Berne einfach vom 23. Februar 2024 wer gerne mal Berne einfach live wird erleben der hat die Chance am 28. Februar in St. Gallen an der Universität St. Gallen wer sich gerne würde anmelden dann findet den Link unten in den Shownotes die Plätze sind beschränkt vielen Dank fürs Interesse und nächste Woche ist Markus und Dominik wieder zurück am Mikrofon bei Berne einfach wie immer auf den gleichen Kanälen zur gleichen Zeit danke fürs Zuhören das ist Berne einfach gesponsert von Swiss Life ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben